Wir schmieren jedem eine. Alles rundherum ums Brot. Frühstück, Mittag, Abendbrot. Außerdem hausgebackene Kuchen, Kaffee und Tee Spezialitäten, erlesene deutsche Weine, sowie Catering und Veranstaltungsmanagement. Brot passt immer, ob kalt, ob warm oder zum Dessert. Wir verkaufen auch Spezialitäten und Leckereien von kleinen Berliner Manufakturen. Besuchen Sie uns und erleben Sie die Brotvielfalt. Untertitelung des ZDF, 2020